im heutigen video wollen wir näher auf das 80 plus zertifikat eingehen das ist ja durchaus öfter ein gesprächsthema wenn es um netzteile geht wie sinnvoll das ist und wie nicht es ist ja auch nicht so ganz unumstritten damit das video nicht zu lang wird werde ich das in mehreren episoden behandeln wie viele teile das am ende dann werden hängt aber auch von euch ab ich gehe dann gerne auf eure fragen ein in diesem und ersten teil werden wir uns mit dem problem von 80 plus beschäftigen ich werde einige bekannte fälle erwähnen die zum beispiel in den jetzigen jahren für aufsehen gesorgt haben und wir werden uns ansehen welche frackwürdigen und suspec netzteile wir mit hilfe des 80 plus zertifikats auch selbst identifizieren können die ersten kritischen artikel zu 80 plus sind eigentlich schon so alt wie das zertifikat selbst schon vor über zehn jahren haben seiten wie hardware secrets netzteile aufgelistet die zwar ein zertifikat tragen aber es nicht einhalten konnten einige alte links dazu findet ihr in der beschreibung aber manche sind so alt dass die seiten teilweise nur noch im webarchiv einsehbar sind einen fall davon habe ich von anfang an selbst begleitet deshalb können wir das ganze auch sehr ausführlich behandeln und uns eigentlich den ablauf auch und die geschichte ganz genau ansehen das ganze ist trotzdem über zehn jahre her und es war auch ehrlich gesagt mein erster test an einer chroma teststation damals war das noch in hilden bei listern an einer chroma ATE 6000 dementsprechend alt sind auch die fotos dazu wenn ich welche finde blende ich euch die ein sonst muss ich mal gucken was ich hier einblende die qualität ist natürlich dann auch über zehn jahre alt also da müsst ihr nachsicht haben eines der netzteile die ich damals dabei hatte war ein lc power legion x2 mit 1000 art leistung das wie sich später bei der auswertung des protokolls herausstellte 80 plus nicht erfüllte im 80 plus zertifikat oder nach dem 80 plus zertifikat sollte das netzteil bei 20 prozent last 87,7 bei 50 prozent last 90,7 prozent und bei 100 prozent last 89 prozent wirkungsgrad erreichen beim test erreichte das netzteil aber gerade mal 80 plus silber bei 20 bei 80 prozent waren es nur 86 prozent bei 50 prozent 88,3 prozent und bei 100 prozent nur 85 prozent da ich damals nicht so ganz ausschließen konnte ob sich nicht irgendwo ein fehler versteckt hat oder das netzteil vielleicht sogar ein schaden hat das kann ja beim transport ja auch mal vorkommen und eine nachtest sich auch relativ schwierig herausstellte das war organisatorisch nicht so leicht zu bewerkstelligen tja das ist dann halt der vorteil der eigenen technik im haus die wir jetzt haben jedenfalls hatte ich damals das netzteil wortmöglich in die tonne geschmissen und auf eine veröffentlichung verzichtet einige jahre später ist mir durch zufall der ausleser kommt dann auch innerhalb der geschichte aufgefallen dass die spezifikationen des netzteils bei 80 plus also im zertifikat selbst und die des verkauften einfach nicht übereinstimmten also schlicht das getestete netzteil mit dem verkauften nicht identisch war aber schauen wir uns das mal genau an hier seht ihr ein foto von meinem damaligen exemplar das ich damals dabei hatte auf der 3,3 und 5 volt leitung bietet das netzteil 150 watt leistung wenn wir uns aber das 80 plus zertifikat ansehen genauer gesagt das foto im 80 plus zertifikat und da auch in das pdf dokument hineinzoomen das im 80 plus protokoll hinterlegt ist dann steht da plötzlich nur 80 watt leistung rückwirkend beziehungsweise im nachhinein hat das dann komplett alles erklärt also das versagen des wirkungsgrades und auch probleme bei der restfälligkeit auf den nebenspannungen aber ich sollte mal versuchen vielleicht zu erklären wieso das der fall ist und was da genau passiert ist also ein bisschen vorgreifen zu 80 plus test grundlegend muss man wissen dass die spezifikation des netzteils also die leistung des netzteils für die berechnung wie das netzteil belastet wird zugrunde legen also das 80 plus gibt vor welche lasten wie vorliegen müssen es ist natürlich klar dass ein 500 watt netzteil anders belastet wird als ein 1000 watt netzteil das ist natürlich ergibt sinn ist logisch aber auch die lasten bei verschiedenen 1000 watt netzteilen unterscheiden sich und zwar aufgrund der unterschiedlichen spezifikationen es gibt netzteile die kombiniert auf 3,35 volt 80 watt 100 watt 125 watt oder 150 watt bieten aber auch die leistung der 12 volt leitung variiert ich blende dann mal hier ein paar beispiel bilder ein jedenfalls dieses verhältnis zwischen den verschiedenen leitungen spielt auch in die berechnung hinein ein netzteil das kombiniert auf der auf diesen leitungen 150 watt leistet wird logischerweise mehr auf dieser leitung belastet als zum beispiel nur ein netzteil als 100 watt leistet umgekehrt würde das ja auch wenig sinn ergeben wenn man das nicht berücksichtigen würde aber wie unterschiedlich ein netzteil auf diesen leitungen belastet wird hat auch enorme auswirkungen auf den wirkungsgrad in unseren test findet ihr auch entsprechende belastung ein netzteil das zum beispiel nur auf der 12 volt leitung belastet wird agiert zum beispiel viel effizienter als kombiniert 12 volt 3,35 oder nur auf den nebenspann jetzt bleibt natürlich die frage wenn wir jetzt zurück zu den lcpower netzteil kommen warum der fertiger andeson und lcpower das überhaupt gemacht haben und wusste lcpower davon hier kann man natürlich nur spekulieren es kann sein dass andeson kosten sparen wollte und der trafo für die nebenspannungen so günstiger ausfiel es kann auch sein dass die plattform überhaupt nicht dafür gedacht war also dafür entwickelt worden ist so eine hohe leistung auf diese leitung zu bringen und entsprechend dafür gar nicht so dimensioniert war also solche bauteile dort aufzunehmen andeson gar nicht die gewünschten spezifikationen liefern konnte und so einfach diese nur einfach aufgedruckt hat das ist aber jetzt natürlich reine spekulation es kann auch sein dass man wusste dass die netzteile so ineffizient werden bei hohen lasten auf den nebenspannungen ob lcpower das wusste oder nicht da müsst ihr jetzt selbst entscheiden was der schlimmere fall von beiden ist unwissendheit was man überhaupt verkauft oder das wusstes verkaufen eines produktes mit falschen spezifikationen aber wie gesagt das ist jetzt zwar eine logische schlussfolgerung bleibt aber spekulation vielleicht war es auch was ganz anderes ein statement von lcpower ist mir dazu nicht bekannt so die geschichte wäre jetzt eigentlich damit zu ende denn damals hatte es niemand bemerkt ja ich auch nicht aber wie das so ist mit geschichte die neigt sich dazu zu wiederholen und auch diesmal hat ein netzteil 80 plus gold nicht erfüllt bei den netzteilen ja netzteilen mehrzahl handelt es sich wieder um lcpower und wiederum endesten als fertiger zufälle gibt es und es geht um die komplette lcpower netzteilserie mit gold zertifizierung die lc9 450, 950 und 950 das waren netzteilen mit 450, 550 und 650 wattleistung also die komplette modellreihe und das gleiche spiel wie voran wenn wir jetzt wieder in den 80 plus report reinzoomen fallen uns erstmal auf dass die paint skills des machers richtig gut waren der diesen sticker designt hat wieder 80 watt auf 3,3 und 5 volt und das netzteil was ich dann hier hatte hatte diesmal 100 watt also alle netzteile die verkauft wurden hatten 100 watt leistung also eigentlich ganz genau die gleiche geschichte wie beim legion x2 damals nur diesmal nicht eins sondern drei netzteile wie gesagt könnt ihr auch selber in die protokolle schauen und euch eins raussuchen jetzt könnte man denken ja die geschichte hat sich jetzt wiederholt ist wieder rausgekommen diesmal ist es rausgekommen und damit ist die geschichte vorbei nein leider ist das nicht ganz so das ganze hat sich damals 2013 abgespielt und ehrlich gesagt ich hätte es auch komplett vergessen also sowohl die geschichte mit legion x2 als auch diese mit der kleineren gold serie wenn nicht ein käufer 2019 sich mit einer weiteren variante des netzteils gemeldet hätte weil das von ihm gekaufte netzteil unterschiede auch wies zu den getesteten im netz und er dementsprechend verunsichert war da ist übrigens bei mir die die grundidee für dieses video entstanden oder beziehungsweise das hier mit zu dem 80 plus thema aufzunehmen jedenfalls das netzteil trägt zwar die gleiche bezeichnung aber sieht komplett anders aus also die kompletten designelemente sind weg das ist jetzt standard gehäuse aber die spezifikation sind auch komplett anders und hier möchte ich mich bei ihm nochmal dafür bedanken dass ich seine fotos von damals verwenden darf wenn wir uns die spezifikation ansehen stehen wir hier immer noch die 100 watt auf der nebenspannung aber aus dem multi rail netzteil ist ein single rail netzteil geworden immerhin wird nicht mehr auf der verpackung mit dem 80 plus gold logo geworben da das netzteil aber jahrelang unter der gleichen bezeichnung vertrieben wurde und somit zum beispiel auch bei guide zahls als 80 plus gold gelistet ist hilft das relativ wenig den käufern wenn das logo dann im nachhinein auf der verpackung fehlt es ist an sich aber auch relativ merkwürdige entscheidung des herstellers anstatt die spezifikation zu korrigieren also die zu nehmen die zum beispiel im 80 plus zertifikat korrekt sind und die da eingereicht wurden und mit denen auch das netzteil funktioniert dann hätte man das 80 plus gold zertifikat nutzen können verzichtet der hersteller darauf und verkauft das netzteil mit gänzlich anderen spezifikationen ohne das logo also so ganz logisch kann ich denn diesen diesen gedankengang wie es dazu gekommen ist nicht nachvollziehen aber gut vielleicht meldet sich ja lcpower und sagt wie es dazu gekommen ist oder nicht aber wir hatten hier wieder so ein perfektes beispiel dafür wie produkte schleichend verändert werden das kennt man ja also auch zum beispiel bei ssds damit hätten wir jetzt so eine geschichte oder einen fall relativ ausführlich behandelt wie so ein 80 plus zertifiziertes netzteil relativ wenig mit dem am markt verkauften gemeinn sein haben kann 80 plus selbst durchaus indizien dafür bietet dass man das sehen kann und damit werden wir auch natürlich bei dem schwächen des 80 plus zertifikats und wie diese ausgenutzt werden können jetzt würde ich mal gerne die thematik ein bisschen ändern bei 80 plus gibt es zwei möglichkeiten einer zertifizierung eine normale zertifizierung wie jetzt die besprochenen netzteile und es gibt eine günstigere so eine ganze zertifizierung einfach gesagt im zweiten fall geht der hersteller zu 80 plus und sagt hier ich habe das netzteile bei dem fertiger eingekauft und das hattet ja bereits getestet ich lackiere das einfach nur anders um und nenn das jetzt schlag mich tot und ich will das logo dafür nutzen und dafür will ich die entsprechenden rechte haben einige behaupten dann dass das problem dabei sei dass gegebenenfalls billigere komponenten eingebaut werden also zum beispiel andere kondensatoren das mag durchaus minimalen einfluss haben aber da die hersteller bauteile also die fertiger der netzteile bauteile mit ähnlichen spezifikationen einsetzen dürfte davon eher zum beispiel die lebensdauer betroffen sein als die spezifikationen also die der wirkungsgrad oder es gibt aber bei dieser prozedur ein viel viel größeres problem als andere ölkos und dass der hersteller das netzteil jetzt irgendwie umlackiert und da will ich euch ein beispiel zeigen dass ihr auch problemus selbst überprüfen könnt und dazu gehen wir auf die seite von intertech und suchen das argus RGB netzteil achtet mal auf das bild das netzteil hat also RGB und ist Teilmodular jetzt scrollt man nach unten und sucht den Punkt Downloads dort hat intertech praktischerweise auch das entsprechende 80plus Zertifikat hinterlegt wenn wir uns das ziehen und das näher wieder ansehen dann sehen wir erstmal dass der fertiger des netzteils First Player ist und das gibt uns auch in der typenbezeichnung PS750S die wird gleich noch relevant Tja einen Trick haben wir aus dem LZ Power Netzteil gelernt auf das Foto schauen und was sehen wir da? Ein Netzteil mit festen Kabeln nicht ein Talmodulares sondern eins mit festen leider sieht man nicht den Lüfter aber ich bezeichne dass da ein RGB Lüfter für den Test eingeschickt wurde aber wir haben ja die original Produkt Bezeichnung vom First Player selbst die können wir ja mal googlen und da finden wir jede Menge dass der Hersteller das Netzteil selbst vertreibt unter einer eigenen Bezeichnung Steampunk ist ja auch bei 80plus Zertifiziert der Hersteller verkauft das jetzt aber ohne RGB dafür ist es vollmodular Moment vollmodular und hier an dieser Stelle muss man jetzt komplett skeptisch werden das Netzteil findet man natürlich auch separat bei 80plus nochmal gelistet also genau das gleiche Zertifikat nochmal wie vorhin von dem Intertech und wenn wir uns ein paar Reviews ansehen von diesem First Player Steampunk Netzteil da gibt es auch Fotos zum Beispiel bei TechPowerUp die haben das Netzteil getestet und ich habe das Netzteil was bei 80plus getest wurde natürlich nicht hier liegen aber Netzteile mit festen Kabeln sehen so aus also ich blende euch mal ein paar Beispiele jedenfalls alle die ich bisher gesehen habe das bedeutet die Kabel gehen zu bestimmten Lötpunkten aber wenn wir jetzt bei den First Player Netzteil gucken das bei TechPowerUp getestet wurde da haben wir keine Kabel da haben wir eine Steckplatine somit kann hier nicht das gleiche Netzteil getestet worden sein bei 80plus da ist schlicht eine ganz andere Plattform bei 80plus getestet worden als die beiden Netzteile also das Intertech und das Steampunk jetzt haben wir wirklich ein typisches Beispiel für ein optimaler Netzteil einschicken oder irgendein Netzteil einschicken zertifizieren lassen und modifiziertes oder gänzlich anderes verkaufen die Modifikationen die hier getätigt wurden haben durchaus enormen Einfluss auf das Netzteil und auf den Wirkungsgrad schon alleine der RGB Lüfter also die Beleuchtung wird minimalen Einfluss haben ja das ist nicht viel aber es wird Einfluss haben da die Beleuchtung selbst ja Leistung aufnimmt mehr Gewicht hat aber die Voll- oder Teilmodulare Anschlussplatine es ist schon ein Unterschied ob die Kabel direkt von der Hauptplatine nach Außengefühl gehen oder noch eine Steckplatine mit weiteren Buchsen also es kommen da schlicht weitere Verluste hinzu abschließend wissen wir gar nicht was da für Netzteil überhaupt bei 80plus getestet wurde ob das Intertech mehr Ähnlichkeit dazu aufweist kann man natürlich auch nicht sagen es ist leider schade dass 80plus keine Bilder aus dem Inneren der Netzteile macht es scheint einfach irgendwas getestet worden sein und jetzt pappt der Hersteller den 80plus Gold-Sticker auf alle Netzteile die irgendwie die Spezifikation erfüllen das soll jetzt nicht heißen dass die Netzteile 80plus Gold nicht erfüllen das kann durchaus sein aber der Sinn dieses 80plus Zertifikats wird jetzt hier einfach in Frage gestellt ja so wenn ich was zertifizieren lasse und dann verkaufen will dann lasse ich nicht A zertifizieren und verkaufe B und C ja das ist nicht der Sinn es gibt bzw. es gab noch andere Tricks die manche Hersteller einsetzen beim 80plus Zertifikat so werden zum Beispiel Netzteile mit extrem kurzen Kabeln eingeschickt je kürzer die Kabel umso geringer die Verluste und so kann man den Wirkungsgrad leicht nach oben treiben aber verglichen mit dem Beispiel hier ist das sogar noch harmlos ich denke das war mal ein anderer Einblick in 80plus vielleicht findet ihr weitere solche oder ähnliche Beispiele bei 80plus ich habe nicht alle Zertifikate dadurch sucht das sind ja Unmengen damit sind wir am Ende des ersten Teils zu 80plus angelangt und wie seht ihr das? ist das 80plus Zertifikat nützlich oder eher nicht? wie ist dazu eure Meinung? im zweiten Teil werde ich etwas zur Geschichte von 80plus sagen und auch paar Infos zum Hintergrund wenn wir genug Fragen und Ideen vielleicht auch weitere Beispiele wie dieses hier finden dann mache ich noch einen dritten Teil dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Netzteiltest bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.